Und Energieschild. Let's go. So, ich weiß, wir haben jetzt zwar nur den Froststab, aber ich glaube, der sollte uns helfen, die Kontrolle zu bekommen. Und außerdem möchte ich mich ganz gerne beeilen, weil wir haben jetzt Trolle dort überall hingeworfen. Das bedeutet, dass wohl eventuell auch innen schon Truhen und so zerstört wurden. Und das könnte bedeuten, dass die Sachen, die spawnen. Aber ich glaube, das dauert dann noch ein Weilchen. So, Askin, du kommst mal her. Dann falle ich dir mal in den Rücken. Und tschüss. Oh, doch nicht. Einer noch. Piu. Hermit Dibes. So. Und dann gehen wir hier mal hoch. Und dann machen wir ihn nach dem anderen platt. Weil wer gekillt wurde, kommt ja nicht mehr nach. Äh, doch, die Beschworenen. So ist der Hexenmeister. Ich seh ihn nicht. Sag nicht, der ist jetzt down. Aber da ist er doch. Er macht erst mal seine Flamme. Hier hin. Tu das. Komm hier her. Komm hier her. So. Schön auf den Hexer. Oh, Alter, das macht ja gar keinen Damage. Oh, Energie schillt. Ich frag mich, was er bei dem am Effektivsten ist. Alter, ich muss unbedingt die hier killen. Unbedingt. Die sind ja Gott sei Dank low life. Und sind einfach nur viele. Aber die schmeißen die ganze Zeit ihre Steine. Oh, Mann, Alter. Jetzt hört doch mal auf. Ich geh ja schon. So, schön im Kreis. Frost. Du bist down. Du bist down. Da ist der Hexenmeister. Ich geh ja schon. Da ist wieder ein beschworener. Aua. Hm. Irgendwie komme ich hier nicht voran. Ich weiß auch nicht. Hexertrophäe. Oh. Die hat wohl noch gefehlt. Sehr gut. Ja, aber was mache ich mir jetzt? Sag mal. Soll ich mir doch den Feuerball rausnehmen? Ja, ne? Ich glaube, der ist besser. So. Da, schön rein da. Oh, das hat gefruchtet. Hab ich da gerade viele gekillt. Oh, oh. Die Dingens. Balliste. So, den machen wir noch platt. Die Balliste ballert auf mich. Dann geh ich mal hier in Deckung. Und wo ist jetzt der Hexenmeister? Ist er da unendlich? Bitte ja. Sieht ganz danach aus. Ne. Da ist eine Flamme. Wow. Wow, wow, wow. Die Balliste hat mich getroffen. Aber es neigt sich ja mir nicht dem Ende, ne? Kann man vielleicht nicht zu laut sagen. Gut, die Balliste ist auch endlich kaputt. Das heißt, ich hol mir mal kurz hier den Loot. Den ich despawn. Oh, wo ist der Hexer? Hier hinter, ne? Ja. Ja. Ich geh schon. Ich geh schon. Vor deiner Flamme hab ich natürlich Angst. Und ein Hit noch. Gott sei Dank. Einen hat er noch beschworen. Den machen wir auch noch platt. Und dann ist hier endlich Ruhe. Schön herkommen. Tschüss. So. Ist hier zufällig aufgerissen irgendwo? Oder muss ich jetzt echt den Rambock holen? Muss ich, ne? Schade. Und wo ist hier die Kiste, die hier vorstand? Hier, ne? Ja. Einen Blutstein haben wir. Sehr gut. Immerhin einen. Fehlen uns nur noch vier. Aber gut. Äh, ich geh mal kurz hier hin. Nehme. Ich mach mal alles nehmen. So. Weil wir müssen sowieso den Stuff zurückbringen. Dann hol ich mal das Portal hierher, ne? Ja. Ich glaub, das hat Sinn, wenn ich das so rummache. Und dann hier nochmal das aufgesammelt. Sehr gut. Bei der Ecke und der waren wir schon. Ja, dann hol ich mal das Portal hierher. Und dann können wir da in Ruhe uns durchwämsen. So. Hier noch Loot. Ja, die Feinde hier ignoriere ich jetzt mal ganz ehrlich, ne? Also, die brauchen wir... Da brauchen wir uns wirklich nicht drum kümmern. So. Hier rein. Dann. Was war das? Nichts. Hm. Das war das No-Name-Portal. Also das Reiseportal. Ach ja, na klar. Stopp. Ich mach's andersrum. Ich schmeiß mal 1, 2, 3 hier hin. Sammle das nochmal auf. Bauen wir noch das Portal hier hin. Oh, ist das nicht möglich? Ja, so geht's. Bitte explodier nicht. Schnell durch. So. Perfekt. Oh. Wird auch dunkel. Kann das sein? Können wir mal eben schnell ratzen gehen? Ich schmeiße die Sachen hier schon mal alle runter. Das, das, das. So. Dann können wir uns die Klamotten wieder anziehen. Anziehen. Und die anderen schmeiße ich natürlich wieder davor, ne? Halt. Halt, 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 halt. Anziehen. Oh, ist das am laggen. Come on. Da, jetzt geht's wieder. Hm. Ach, es regnet nur. Es ist gar nicht dunkel. Na, wenn das so ist. Hier der Hammer. Der kommt damit zu. Ah ja. Genauso wie der Froststab und der Schildstab. Top. So, dann gehen wir zum Reiseportal und nehmen das Portal mit in die Festung. So, perfekt. Oh nein, ich Idiot hab den Hammer liegen lassen. Was bin ich denn eigentlich für ein Storch? Bin ich mit den Gedanken schon wieder überall. Außer bei der Sache. So, nee, den Hammer bitte. So. Sehr gut. Jetzt aber. Hervorragend. Portal weg. Und das Ding weg. Und. Energieschild hab ich jetzt nicht dabei. Passt schon. Ich lauf halt wach. Lauf. Oh, oh. Nass bin. Ich glaub aber, das schaff ich schon. Hab ja zur Not noch Ausdauer und Heiltränke. So, Ausdauer aufladen, damit ich da auch easy hochkomme. Und jump. So. Sehr gut. Oh, es wird dunkel. Ja, aber passt schon. So. Alles nehmen. Das machen wir auf die Eins. Da können wir die stacken. Das so. Dann das Holz schmeiß ich mal hier hin. Damit das Ding entfernt. Sich das Ding entfernt. So. Und dann mach ich fünf. So. Schienes. Bordel. So. So. Und nehmen wir das hier auch noch mit. Ja, theoretisch den ganzen Loot er hier. Ach, okay. Jetzt nur Grausten. Fliegt hier. Auch nur Grausten. Und Knochen. Naja, gut. Okay. Also, wir müssen leider doch den Rambog herholen. So sei es. So. Rüber gerannt. Und den ganzen Loot, den wir haben, schmeißen wir schon mal. Runder. So. Den einer. Das kommt weg. Das kommt weg. Das brauchen wir auch nicht. So. Und dann den Stuff hier hingeschmissen. Also den Hammer. Für später. Sehr gut. Ja. Laggy Delac, weil es gerade wieder neblig ist. Und wir aus den Ashlands kommen. Jetzt geht es wieder, ne? Ja. Oh. Flüssig. Aber immer wenn ich nach Insel, nach. Wenn ich ins Innere gucke, wird es mehr Laggy. Naja, gut. Bei unseren Konstruktionen vielleicht auch kein Wunder. Wie dem auch sei. Gute Nacht. Guten Morgen. Und dann laufen wir direkt Runder. Holen uns unser. Unseren Rambock. Ein wenig Holz. Und let's go. Dann brechen wir das mal auf. Sag mal. Flauschi. Mann. Ich hab Vorfahrt. So. Hier haben wir das alles, was wir brauchen. Und noch ein bisschen Holz. Holzer. Hier. Zack. So. Sollte passen. Und die schmeiß ich mal wieder drauf. So. Hervorragend. Und dann brechen wir mal auf und gucken, wie viele Blutsteine wir finden. Ich hoffe, 100. So. Fünf. Rambock. Hier hin. Dann Holz rein. Einer sollte reichen. Und let's go. So. Nicht, dass er die Dings kaputt macht. Die Workbench. Aber ich glaube, es geht. Ah, da ist schon offen. Ja, einmal noch. So. Sehr gut. Halt. So. Perfekt. Ja, dann gucken wir mal nach. Glockenfragment. Und was haben wir hier? Einen Blutstein. Noch einen. Ja. Wir haben zwei gefunden. Perfekt. Genau das wollte ich. Also eigentlich wollte ich natürlich mehr, aber zwei sind besser als null. Immerhin. Theoretisch könnten wir jetzt schon den Drünwin auf Max machen. Und Dundre können wir auch herstellen. Aber das machen wir alles später. So. Dann kann ich das Ding wieder abreißen. Ach ja. Eine Sache wollte ich ja auch probieren. Ich will mal was ausprobieren. Warte mal. Ich ziehe dich nochmal raus. Bitte nicht verbrennen. Oder ich baue dich nochmal neu. Es geht auch. Na komm her hier. So. Aber das geht kaputt gerade, ne? Fehlende Voraussetzungen. Hä, Digga? Du sollst das loslassen. So. Wieso fehlende Voraussetzungen? Kann ich das nicht reparieren? Ah. Doch, kann ich. Gut. Und dann wollte ich nämlich mal gucken, wenn ich hier Holz reinmache und das ganze Ding hier kaputt mache. Den ganzen Turm. Mal gucken, was passiert. Oh. Oh oh. Komme ich jetzt nicht mehr raus. Oh ne, na. Bitte nicht. Na komm schon. Glitschigiglitsch. So, jetzt geht's. So, weil es gibt doch hier diese Bronze, Dinger. Diese Stacheln sollen ja Bronze-Erz droppen. Das haben wir noch nicht einmal gehabt. Das würde ich ganz gerne einfach nur deshalb haben, damit wir es in die Kiste packen können. Obwohl wir es nicht brauchen. Das heißt, ich reiße hier mal unten das komplette Fundament weg. Da müsste ja eigentlich alles einkrachen. So. Und hier nochmal. Kracht das jetzt alles ein? Hä? Nicht? Es kracht nicht ein? Was ist das denn? Na los. Vielleicht hier dieses Mauerstück nochmal. Hä? Schwebt also, ja? Na ganz toll. Ja gut. Weil ich hätte gedacht, dann kann man ja die ganzen Wände hier einreißen und so. Aber das bringt ja alles gar nichts. Hm. Dann mache ich das anders. Dann nehme ich mir einfach mal meine Spitzhacke und hacke mal hier das hier kaputt. Es kriegt etwas Schaden. Ich glaube nicht die Mauer, sondern das Metall, oder? Irgendwas kriegt hier Damage. Ich gucke mal. Ach ja, na klar. Das sind ja keine Baukomponenten. Soll ich einfach mal draufhauen, solange ist was passiert? Da kommt ja eine Zahl hoch. Ja. Ich würde auch sagen, weil das sehr langweilig ist, spule ich das mal eben vor. Also, bis gleich. Moment mal. Es gibt doch diese Stacheln auf unterer Ebene. Das heißt, wenn ich hier die Wand einreiße. Ich glaube, das mache ich mal. Ist da noch Holz drin? Ich hoffe ja. Nee. Warte. Muss ich nochmal auffüllen. Dann mache ich das. So. Und dann reiße ich mal hier einfach die Wand ein. In der Hoffnung, dass dahinter doch... ...Brosse Stacheln sind, oder? Da. Die da, meine ich. Was? Nein! Oh, eine Asquin, Alter. Hm. Ja. Ja. Was mache ich hier eigentlich? Ich will unbedingt so ein Erz... Also, so ein Bronzererz haben. Das ist eigentlich alles, was ich will. So. Du hast Wind. Ich mache ihn platt. Oh, oh. Da ist ein Bogenschütze. Ich hau mir mal sämtliches Food rein. So. Oh. Oh. Nein. Oh. Noch nicht das Ding treffen. Hm. Ja, weiß ich nicht genau. Genau. Irgendwie habe ich mir das hier anders vorgepackt. So, was ey. Das wäre jetzt hier zu blöd. Dann kriegen wir halt kein Bronzererz. Keine Ahnung, wie wir das kriegen sollen. Habe ich hier sinnlos ein Loch reingehauen. Das wird sinnlos gefährlich. So. Der Aspill passt nicht durch. Perfekt. So. Na, Süßi? Piu, 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 piu. In your face. So, dein Loot hätte ich ganz gerne noch. Ach so. Wir sind sowieso überladen. Gut. Ja, ich glaube, ich verziehe mich einfach, oder? Bring den Loot weg. Jo. Sehr gut. Dann laufe ich mal hier rüber und bringe mal die Sachen hier hin. Und zwar das. Das, das, das. Blutstein. Perfekt. Das hier kommt weg. So. Und dann mache ich die... Den Rambok wieder unten in die Kiste. Dann haben wir ihn wieder griffbereit. So. Hätte ich sogar theoretisch ein bisschen Holz hinpacken können. Aber passt schon. Wir wissen ja, dass wir Holz brauchen. So, wie spät haben wir es? Morgens? Ja, wir haben es früh. Sehr gut. Dann können wir theoretisch jetzt nochmal zur zweiten Festung gehen. Weil die will ich auch direkt holen. So. Hüpf. Das Ding weg. Und das Ding. Und dann ist natürlich gut aufpassen. Weil wenn wir jetzt sterben, dann müssen wir wieder von ganz weit weg hierher rennen. Gehe ich nochmal durch. Und hier durch. So. Damit ich hier den Loot habe. Und euch muss ich kurz clearn. Sonst noch gehen wir ewig hinterher. Auf Wiedersehen. Und wo ist der andere? Da. Da kommt er wieder an gerannt. Na komm her. Und der Aspinder will es doch auch wissen. Und der Aspinder ist trotzdem getroffen. Na gut. Not bad. So. So. Her mit dem Loot. Energie Schild. Und wo hatte ich denn die andere Festung? Hier. Da müssen wir ein wenig wandern gehen. Und natürlich unser Portal wieder irgendwo in Sicherheit bauen. Wo genau das sein wird. Wo genau das sein wird, sehen wir dann. Hier sind ein paar Varys. Die machen wir hier mit kalt. So. Sehr gut. Ja. Das sollte reichen. So. So geht es schneller. Und wir müssen nach da so. Oh. Genial. Lass mich mal liegen. Ich muss draußen fahren eigentlich. ne. Komm. Why not. So. Hier sind Bogenschützen. Tschüss. Und. Dich ebenfalls. So. Und dann hier lang. Hm. Hm. Natürlich auch aufpassen, dass wir uns nicht irgendwo dorthin verlaufen, wo wir von Labo umgeben sind. Das wäre super dreist. Ja. Die ignoriere ich mal. In der Hoffnung, dass du von mir ablässt. Ablassbrief. Nee. Nee. Hier auch nix. Da ist die Festung. Und da ist auch ein Spawner. Den versuche ich mal zu umgehen. Oh oh. Ask Vins. Und wo baue ich denn mal die Festung, äh die, die, das Portal hin? Hier könnt ihr mal herkommen. Euch möchte ich ganz gerne lügen. So. Nee, nee, nee. Bleibt mal schön hier. Bleibt mal schön auf dem Boden. Marmor weg, Stein weg. Das hole ich gleich. Das liegt hier. Ach, Federn, ja. Nee. Die brauche ich nun wirklich nicht. Ich gehe mal hier hoch. Und hier baue ich auch meinen Portal, ne? Ja. So. So. Verschiedenes. Halt. Mach ich das. Das hier. Ähm. Mano wie. Keine Ahnung. So. Ja. Passt. Und dann könnte ich den Loot schon mal wegbringen. Das haben wir sinnlos auf C2 Eisen mitgenommen. Mh. Oh. Oh, da schmeiße ich den hier vor. Ne, ich bring den eben weg. So. Rübergerannt. Und weg damit. Das hier. Mh. Dann brauchen wir Holz. 20. An der Zahl. Ich glaube, das andere Holz ist mittlerweile... Boah. Ist das hier am Längen. Oh. Ja, wegen diesen ganzen Ressourcen. Wah. Holz. 20 Stück. Dann Stein. Ein Stack. Sollte reichen. Und Marmor. Da nehmen wir mal so 15 mit. So wie eben gerade. Dann hier die Vasenstücke davor. Sehr gut. Ja, dann gehen wir mal rein. Und machen das gleiche wie eben gerade. Nur diesmal hoffentlich ein bisschen effizienter. So. Anarchy Shield. Und da dieser Spawner, ne. Da kommt mir doch die ganze Zeit in die Quere. Ich glaube, ich muss ihn plätten. Dann mache ich das auch. Ja. Noch ein Stück. Ja. So ist gut. So treffe ich auch, wenn er links und rechts ein bisschen daneben geht. Ich glaube, es kommt jemand, ne. Ich höre Feindgeräusche. Ich weiß nicht genau, wo sie sind. Ich ballere einfach. Na los, komm schon. Verdammt. Ich treffe doch aber, oder nicht? Eindeutig. Ich treffe doch eindeutig. So, das war's. Jo. Sehr gut. Dann gehe ich da mal näher ran. Da ist Lava. Also muss ich sowieso von der Wand kommen, wo auch das Tor ist. Die sind alle am Brennen. Sehr gut. Ich gehe einfach bei dich da ran. Oh oh. Die muss ich zerstören. Geht das so? Ja, ne. Jo. Das geht so. Hervorragend. Dann. Oh oh. Kämpfen die? Gegen Zwerge, oder was? Hm. Ich lasse die da einfach mal. Halt, erst mal muss ich hier eine Workbench hinbauen. So. Dann eine mit dem hier. So. Keine Feinde in Sicht. Sehr gut. Bauen wir uns hier hoch. So. So. Ich mach's platt. Aua. So. Down. Und da mach ich mal ein paar Wurzeln drauf. Können wir schon mal ein bisschen aufräumen. Und derweil baue ich hier die Treppe weiter. So. Und noch eine. So. Oh oh. Können wir hier hinmachen? Gleich das. Oh oh. Also machen die auch Schaden? Ja, ne? Glaube ja. So. So. Der ist auch down. Ja, das sieht gut aus. Dann schmeiß ich mal ein Troll rein. Zur Ablenkung. Na los, komm. Oh oh. Oh oh. Der kam genau in diese Richtung. So. Alter. Die haben mich schon wieder sofort gekillt. Das sind auch, glaube ich, zwei Hexer wieder, ne? Sieht ganz danach aus. Ich schmeiß wieder ein Troll rein. So. Oh. Von hier aus kann ich den Spawner treffen, oder? Wenn ich ein bisschen höher ziehe. Nein. Dann baue ich hier die Treppe drauf. Und zwar entweder so eine. Ja stimmt, das ging ja auch, ne? So. So, verprügelt ihn mal bitte. Sehr gut. Wow, 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 wow. Oh oh. Das war's. Shit. Ich habe nicht schnell genug getrunken. Nein. Ich glaube, da waren auch wieder zwei Flammen in einem, ne? Ich war schon wieder so abgelenkt davon, Schaden auszuteilen, dass ich unachtsam wurde. Verdammt. Ich glaube aber, es ist noch nicht so viel Zeit vergangen, dass wir pennen können, oder? Doch. Gute Nacht. Guten Morgen. Und dann laufen wir direkt Runder. Wir nehmen wieder unsere rote Robe, ne? Das ist, glaube ich, besser, als wenn wir... Obwohl... Mh... Unsere Leiche ist, glaube ich, gut erreichbar. Ich hoffe einfach, wir schaffen's nackt. Wir probieren's nackt. Let's go. Da balle ich mir den. Und Feuerschutz. Und let's go. So. Und hindurch. So. Und da ist auch unsere Leiche direkt. Nichts wie hin. Lauf, lauf, lauf. Nichts aufsammeln auf dem Weg, sonst sammeln wir nicht in einem Hieb alles auf. So. Und jetzt schön hier dicht dran. Klamotten an. Aufpassen, dass hier kein Vieh kommt. Sieht aber gut aus. So. Und der Federumhang noch. Zack. Dann Energieschild. Wir haben auch gerade Leichenlauf. Das sollten wir eigentlich auskosten. Ich schmeiß mal direkt noch ein Troll hin. Und tschüss. Und direkt noch ein. So. Der erste wird gleich zerstört sein. Dann mach ich direkt noch ein. Das gibt's doch nicht, Alter. Dass der gar kein Damage macht. Gut. Dann mach ich hier ein paar Wurzeln rein. Ja, so geht's doch. Na los, na los, na los. Ist gar nicht so effizient, ne? Wenn... Oh. Äh, Entschuldigung. Ich muss mal kurz das Fenster schließen. Da ist gerade Lärm draußen. So, Entschuldigung. Na los, verdammt nochmal. Triff doch mal. Ja, jetzt verstehe ich ja nicht, warum es so ansehen ist, weil ich es mir zuzugucken. Was machst du da, Raul? Tut mir leid. Gib mir Lüe. So, ich bin hier außerhalb der Reichweite des Feuers, ne? Gut. Wenn ich hier einfach hinmache, sollten die doch in Reichweite sein zu schlagen, oder? Oder sind die zu weit weg? Okay. Die sind nicht zu weit weg. So. Habe ich den Spawner zerstört? Ich glaube, ja. Nee. Ja, 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 ja. Ich sehe es. Oh. Askel mit Stern. Gut. Du kriegst ein paar Wurzeln. Die kümmern sich schon um dich. Und noch einen. Ja, die hätte ich vielleicht mal ein bisschen dichter bauen sollen. Nochmal hier eine hin. Von beiden Seiten kloppen. Sehr gut. So. Oh Mann. Wird doch voll in die Ecke geprügelt die ganze Zeit. Gut. Ja, die kümmern sich drum. Meine ich doch. Der eine Spawner ist kaputt. Da hinten ist ne Dingens. Die waren mal kaputt. Balliste. Das war's, ne? Ja. Da ist noch ein Spawner. Nein, 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 nein. Hä? Was war das? Ach. Pfeile Bogen natürlich. Bogen schützen. So. Und den Spawner schnell. Solange wir gerade ungestört sind. Ach so. Ich bin bald down. Gut. So. Der Spawner ist auch down. Sehr gut. Ich mach ihn platt. Daneben. Schon wieder daneben. Und tschüss. Und das wieder die Balliste, ne? Oh, oh. Oh. Ach so. So. Oh. Der. Ein Stern. Da hau ich mal ab. Oh nein. Der Hexer. Tschüss. Ach, da getroffen. Okay. So. Ah, der Hexer ist auch gleich down. Sehr gut. Dann sollte ich mich kurz um den kümmern, ne? Vorsicht, 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 Vorsicht. Sehr gut. Hexer ist tot. Da wird noch einer beschworen. Den mach ich mal platt. So. Da an den Krieger hier. Obwohl, die machen ich hiermit platt. Na los. Na los. Wurzeln. Und ich gönne mir auf den. Das ist trotzdem noch getroffen. Hier ist immer noch ein Hexer, ne? Kann das sein? Ich glaube, ja. Gehe ich auch mal ab. Da ist er doch. Da hinten. Na komm schon. So. Es werden immer weniger. Ja. Ja. Da hinten. Ja. Ot harsh. Ja. Da hinten. Untertitelung des ZDF, 2020